Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Mozik und Noisy, die Combo ist fresh. Bonjour Madame, heißt der Song. Okay, wir gehen eben in die Video-Description und dann starten wir. Mozik, Feed, Noisy, Spotify, Insta, Instagram, Mehmet, K-1212, steht in der Info. Box, Produced, bei Ravshed und Erzon. Erzon sieht man echt überall, den Bruder. Der Bruder ist am Machen. Mix Mastering ist von Term und schon wieder den Namen hier, den ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Video ist von Sequence. Okay, wir starten rein. Ballat mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Deutschrap, aktuelle Release-Woche ist da. Leute, wir werden auf sehr vieles reagieren. Deswegen. Aber zuerst auf eure Vorschläge. Deswegen, wir starten rein. Let's go. Okay. Okay, was ist das für ein Anfang? Ich wollte gerade sagen, hä, Lamborghini, aber nein. Lamborghini? Mozik? Ist das ein neues Album, oder? Ich weiß es nicht. Okay? Hey, Siri! Weißt du, was ich verstanden habe? Er hat gesagt, hey, Siri, ne? Ich habe verstanden, hey, Shirin. Vielleicht spricht man aber Siri auch auf Albanisch anders aus. Deswegen. Ey, ich erwarte so einen Hit, Leute. Ihr wisst gar nicht. Okay, ey. Wir haben Noisy und Mozik. Die, die im albanischsprachigen Raum einfach auseinandergenommen haben. So Hits international gebracht haben. Bitte liefert einfach ab, ey. Liefert einfach ab jetzt. Let's go. Sexy, nasty, stylish, positively, pretty girl, mission time. Sexy, nasty. An irgendeinem Ami-Song erinnert mich der Einstieg von ihm gerade, aber ich weiß nicht an welchen. Komme ich niemals drauf. Okay. Einstieg ist da. Wir ballern jetzt aber los. Okay. Es ist, ähm, direkt die Hook, mit der hier reingestartet wird. Bonjour, Madame. Anfang hört sich schon mal nicht schlecht an, aber es ist noch zu früh, um was zu sagen. Bonjour, Madame. Auf Deutsch hat er auch nochmal was gesagt, ne, hier. Was geht, Madame, oder wie geht's, Madame? Ganz schlau natürlich hier, Deutsch. Muss auch gesagt werden für die deutsche Community. Okay, das war wahrscheinlich nur, ähm, war das schon die ganze Hook, oder war das so das Intro der Hook, die ruhigere Version? Werden wir auf jeden Fall jetzt noch hören. Wenn wir jetzt noch auf jeden Fall hören. Okay, Moziks Stimme wird auf jeden Fall, er kommt schon so ein bisschen mehr raus. Ey, ich erwarte, ich erwarte jetzt einiges, Digga. Bis jetzt ist es noch entspannt, bis jetzt, bis jetzt weiß ich noch nicht so ganz. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Mozik eine Stimme hat. Und, der hat auf jeden Fall so eine powervolle Stimme, wenn der will. Boah, der Wechsel gefällt mir jetzt gerade. Schauen wir mal, okay. Ey, ich hab irgendwie grad richtig Bock, Songs zu hören. Ihr wisst gar nicht, wie lustig ich grad darauf hab. Ey, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann nicht. Melodie gefällt mir. Melodie ist nice. Ich geh nochmal ein Stückchen hier zurück. Warte, ich geh nochmal hier hin. So. Weiter geht's. Melodie hat mich abgeholt. Bleibt gut im Kopf. Auvernpotenzial ist da. Es ist nicht auf Hardcore angelehnt. So ein schnellerer Song, der so ein bisschen mehr abgeht oder so. Es ist mehr so gechillt. Es ist mehr so gechillt. Ich hätte mit der anderen Variante gerechnet, aber ey, kann ich mir auch so gut geben. Okay, Bruder. Der Bruder kommt hier aber auch in einem XXL-Bett. Alles klar. Aber Mosek hat mir gefallen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Mosek hat mir sehr gut gefallen. Stimme fand ich angenehm. Hook, Melodie hat mir gefallen. Okay, der Wechsel jetzt gerade hat mir auch gefallen. Das am Anfang fand ich so, ja, fand ich jetzt okay. Fand ich jetzt nicht übermäßig krass oder so. Aber der Wechsel tat gerade gut. Hallo. Ah, das ist wichtig. Das tut richtig gut. So ein Stimmwechsel hat... Ich dachte mir gerade, bitte Neusi. Sag mir nicht, dass er nur in dieser tieferen, ruhigeren Stimme rappt, aber... Er hat hier nochmal einen Wechsel reingepackt. Wichtig. Und... Wichtig. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist Semer. Mehr habe ich auch nicht verstanden. Oder Louis hat er, glaube ich, gesagt. Aber wahrscheinlich geht es halt um... Ich denke mal, es geht viel um Liebe. Beziehungsweise um... Ja. Um einen Partner. Ist ein bisschen allgemein, äh... Zusammengefasst, ne? Besser ist. Aber wunderschöne Sprache. Sag ich jedes Mal. Sag ich einfach jedes Mal. Wirklich, ne Sprache... Ist wunderschön, wenn du nichts verstehst. Aber es dir einfach gefällt. Weil wenn du ne Sprache verstehst, dann ist das schwer, sagen zu können, ob es wunderschön ist oder nicht, finde ich. Wenn du sie nicht verstehst, dann, finde ich, ist das einfacher, sagen zu können, ob man sie schön findet oder nicht. Okay, ich pausiere hier nochmal, damit ich nochmal die Hook mit Drums hören kann, ein letztes Mal. Aber ich denke mal, zu meiner Meinung wird sich jetzt nichts mehr großartig ändern. Trotzdem noch einmal weiter geht's jetzt. Er muss nochmal mit... Ja, okay. Er wird noch einmal mit den Drums reinkommen. Ich wollte schon sagen. Mach mir jetzt hier kein Outro. Komm noch einmal mit der Hook rein. Die Hook muss nochmal kommen. Mit dem kompletten Beat. Hallo, Madame. Hallo, Madame. Hallo, Madame. Wie du t'appellst? Hallo, Madame. Was geht, Madame? Wie war dein Name? Name nochmal? Hallo, Madame. Na, 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 na. Was geht, Madame? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm hat das Video gefallen, die Reaction, lasst ihr auch gerne einen Daumen nach oben, da würde mich freuen. Mach's gut, haut rein und ciao.